Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Guide hier auf diesem Kanal. Wir wollen uns heute mal mit den, das habt ihr im Titel schon gelesen, Vermächtnisfreischaltungen und den Charaktervorteilen beschäftigen. Gerade jetzt im Doppel-EP-Event ist die ein oder andere Sache da durchaus hilfreich. Aber auch so gibt es einige Freischaltungen, die man wunderbar nutzen kann und vielleicht auch haben sollte, um sich im Spiel etwas einfacher und etwas schneller zurechtzufinden beziehungsweise um einfach angenehmer durch das Spiel durchzukommen. Wir werden uns deswegen das Ganze jetzt mal anschauen. Wie kommen wir dahin zu diesen Freischaltungen, zu diesen Vorteilen, um die es geht? Nun, wir gehen hier oben einfach auf dieses kleine Männchen, das ist standardmäßig hier oben am Bildschirm ran, angeordnet und gehen auf das Vermächtnis. Das ist standardmäßig mit dem Buchstaben Z belegt, das heißt auch der Buchstabe Z dürfte dieses Vermächtnis öffnen. Das Vermächtnis ist im Endeffekt ein charakterübergreifendes System, wo ihr sozusagen verschiedene Erfolge verfolgen könnt und aber auch verschiedene Freischaltungen sowohl für alle Charaktere als auch für jeden einzelnen Charakter separat freischalten könnt, erledigen könnt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Es gibt zum einen hier vorne ganz vorne natürlich die Charaktervorteile und dann gibt es hier die globalen Freischaltungen, globale Freischaltungen, das sagt schon, das gilt für alle und nicht nur entsprechend für die einzelnen Charaktere, sondern eben für alle Charaktere, die in diesem Vermächtnis mit drin sind. Auf einem anderen Server ist das dann natürlich etwas anderes, es sei denn, ihr transferiert einen Charakter darüber, dann habt ihr natürlich das Vermächtnis auch auf dem anderen Server. Oder ihr schaltet euch das dort eben entsprechend nochmal frei, wenn ihr euch dort ein neues Vermächtnis erspielt. In den globalen Freischaltungen gibt es ja immer imperialen Klassen mit den ganzen Gefährten, Standardgefährten, die dazukommen, republikanische Klassen, die Spezies eben genauso und dann gibt es hier Sonstiges und normalerweise dann unten die Datacorns, die man einsammeln kann. Die sind hier dann eben entsprechend alle auch aufleuchtend. Wir wollen uns jetzt aber mit Sonstiges hier beschäftigen im ersten Moment. Das sind die Freischaltungen, die wir wirklich einmal kaufen und für alle Charaktere auf einem Server und in diesem Vermächtnis eben zur Verfügung haben. Was gibt es da? Nun, es gibt hier diese beiden Freischaltungen, gewährt allen Charakteren den Einsatz der Fähigkeit Einheit, die Fähigkeit reduziert vorübergehend den Schaden, den du und dein Gefährte nimmst. Gleichzeitig haben wir das hier, verletzt deinen Gefährten, um dich selbst zu heilen als Opfer. Das sind zwei Fähigkeiten, die kann man hier entsprechend nicht wirklich freischalten, sondern die muss man frei spielen, indem man entsprechend alle Klassen einfach spielt zum Beispiel. Was man allerdings freischalten kann, sind die Bereiche Komfort, Schiffsfreischaltung und hier unten die Gefährten mehr oder weniger, da kommen wir gleich zu. Und beim Ruhm eben genauso. Wir können das hier freischalten, das kostet ein paar Credits. Dann haben wir eine vermächtnisweite Freischaltung, die die gewonnenen Ruhmpunkte für alle Charaktere um 25% erhöht. Das war früher, hat man das bekommen, wenn man eine bestimmte Anzahl von Charakteren durch das damalige Kommandosystem durchgebracht hat. Ob das heute immer noch so ist, dass man einen bestimmten Rang erreicht haben muss, kann ich nicht sagen, weil ich die, wie gesagt, freigeschaltet habe. Schaut da mal rein. Die Bedingungen, was man tun muss, um das freizustalten, steht immer mit dabei. Schauen wir mal die Schiffsfreischaltungen an. Da kann man zum Beispiel einen Reparaturdruiden freischalten für das eigene Schiff, ein Postfach auch für das eigene Schiff, nicht für das Gildenschiff, das ist nochmal was anderes, den Operationstrainings-Dummy hier, dann den Vermächtnisladeraum, die Gegenstandsmodifikationsstation habe ich hier und das galaktische Handelsnetzterminal. Ich könnte auch noch ein Kriegsgebiet-Dummy freischalten, der würde mich jetzt 500.000 Credits kosten oder, wenn ich draufklicke, öffnet sich dieses Fenster, kann ich das Ganze auch für 150 Kartellmützen kaufen oder eben für eine halbe Million Credits. Das kann ich mir aussuchen, ob ich eins oder das andere nehmen möchte. Und ich kann auch die Schiffsgildenbank hier freischalten, würde entsprechend auch eine halbe Million Credits kosten oder 600.000. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn man mal schauen möchte, im Endgame dann angekommen auf Level 75 beispielsweise, empfiehlt sich so ein Trainings-Dummy hier durchaus, weil man dann eben einfach mal testen kann, okay, wie gut kann ich denn meine Klasse spielen? Ja, oder ich habe beispielsweise mir einen Guide angesehen und möchte jetzt mal testen, wie gut ich das umsetzen kann oder üben einfach, dann ist so ein Trainings-Dummy einfach klasse. Gibt es mittlerweile auch auf verschiedenen Festungen, Rishi und Aldran beispielsweise. Die gibt es aber auch auf Korriban oder auf der imperialen Flotte. Dazu empfiehlt sich dann auf jeden Fall der Reparaturdroide, weil bei dem können wir sogenannte Modifikations-Kits kaufen, mit dem wir diesen Trainings-Dummy dann modifizieren können, sodass er beispielsweise nur 1,5 Millionen oder 6,5 Millionen HP hat. Ja, ein paar Werte genannt. Damit können wir dann sozusagen sagen, okay, ich nehme mir jetzt 6,5 Millionen, prügel die weg und dann schaue ich, wie viel Schaden pro Sekunde habe ich denn gemacht? Wie lange habe ich gebraucht dafür? Und dann kann ich das im Endeffekt vergleichen mit anderen Spielern. Im Bereich der Tapferkeit, das sind Vermächtnisfreischaltungen, die man erhält, wenn man die Klassen durchspielt. Das kann man also nicht kaufen. Hier drüben haben wir den Komfortbereich. Das ist da dann doch wesentlich interessanter. Bei Sozial geht es ebenfalls um die Freischaltungen, die wir durch die Sozialränge erhalten. Also wenn wir da weiter aufsteigen, dann bekommen wir da entsprechend die Freischaltung für. Bei den Gefährten ist es so, dass wir sozusagen erst einmal jeden dieser beiden Gefährten hier erhalten müssen. Das heißt, wir müssen uns HK freispielen, wir müssen Trick auf der Flotte kaufen. Anschließend können wir sie entsprechend für alle Charaktere freischalten, wenn wir denn möchten. Andernfalls können wir sie natürlich auch immer wieder kaufen oder immer wieder erspielen. Kommen wir in den größten Bereichen, in den Komfortbereich. Da gibt es hier zum Beispiel den Vermächtnisflottenpass verringert die Abklingzeit der Fähigkeit Notfallflottenpass. Oder hier das Vermächtnisreisen verringert die Abklingzeit der Schnellreise um zwei Minuten. Das Ganze gibt es in Stufen und das Ganze ist immer kumulativ. Das heißt, wir haben hier zwei, da fünf und hier nochmal zwei. Und dementsprechend haben wir da dann insgesamt neun Minuten Abklingzeitreduktion. Und im Endeffekt können wir das sozusagen so weit runterkaufen, dass wir da kaum noch Cooldown drauf haben. Als Abonnent hat man sowieso nochmal zusätzlich den Vorteil, dass man auf die Schnellreise mittlerweile, soweit ich weiß, gar keinen Cooldown mehr hat. Kann man also die ganze Zeit hin und her reisen. Beim Flottenpass hier zum Beispiel müssten wir nochmal 200.000 Credits investieren. Steht in den Kaufvoraufsetzungen mit drin und hierfür bräuchten wir nochmal 300.000 Credits. So, das können wir jetzt auch einfach mal testen. Die 200.000, ich habe mir gerade mal eben das Geld geholt. 200.000, wir klicken einfach drauf, wir wollen das freischalten. Ja, und das ist jetzt freigeschaltet für alle Charaktere in diesem Vermächtnis. Und das können wir hier auch nochmal machen. Und das ist jetzt, wie gesagt, freigeschaltet für alle und kann von allen damit genutzt werden, dass wir eben hier zusätzlich diese Abklingzeitreduktion eben auch auf dem Flottenpass haben. Jetzt kommen wir zu einer Sache, dem sogenannten Raketenschub. Das ist etwas, das sollte jeder Spieler eigentlich haben, weil das ist unfassbar praktisch in allen Bereichen des Spiels. Egal, wo man unterwegs ist, außer jetzt im PvP, da ist es nicht zu nutzen. Aber in allen anderen Bereichen kann man den Raketenschub wunderbar einsetzen und er ist eine Erleichterung für den Spieler. Es gibt ja Instanzen beispielsweise oder auch Gebäude, wie zum Beispiel die Paläste auf Alderaan, das Senatsgebäude auf Coruscant, der Tempel auf Drum und Kars oder auch die Zitadelle auf Drum und Kars. Da darf man nicht mit dem Gleiter drin fahren. Durchaus verständlich, so soll man ja auch nicht. Dann müsste man die ganze Zeit durch diese riesengroßen Gebäude durchlaufen. Dafür gibt es den Raketenschub. Der Raketenschub erhöht 12 Sekunden lang unser Bewegungstempo fast auf Gleitergeschwindigkeit und das können wir auch einsetzen, während wir in solchen Gebäuden und Instanzen sind. Das heißt, wir haben sozusagen alle 30 Sekunden, wenn wir den voll ausgekauft haben, haben wir für 12 Sekunden lang Gleitergeschwindigkeit. Und das ist eine Sache, die lohnt sich definitiv, weil man durch so viele Sachen wesentlich schneller durchkommt. Das heißt, hier ein paar Kartell mit uns zu investieren, ist keine schlechte Sache. Das kann man dann nochmal runterkaufen, dass wir 30 Sekunden weniger Abklingzeit haben und nochmal 60 Sekunden weniger Abklingzeit haben. Das heißt, normalerweise hätte man 2 Minuten Cooldown drauf. Wenn man das durchkauft, hat man nur 30 Sekunden drauf. Das Ganze erhält 12 Sekunden, dann hat man also 18 Sekunden Wartezeit, kann es wieder 12 Sekunden nutzen. Super entspannte Sache, empfiehlt sich definitiv für alle, die das noch nicht haben. Kauft es euch. Wenn ihr ein paar Kartell mitzun übrig habt, solltet ihr auf jeden Fall daran investieren. Das macht das Leben einfacher. Dann haben wir hier verbesserten Prioritätstransport auf dem eigenen Raumschiff. Das heißt, es gibt Prioritätstransporte, die wir nutzen können. Und zum eigenen Raumschiff zurück können wir eben dann hier den Cooldown runterkaufen, dass wir nicht so lange warten müssen, bis wir das Ganze wieder einsetzen können. Es gibt ja mittlerweile die Funktion, dass wir, wenn wir die Karte aufmachen, unten links den Prioritätstransport eigenes Raumschiff haben. Der hat eben einen Cooldown, wenn man das nicht runtergekauft hat. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es da noch einen Unterschied gibt zwischen Abonnent und nicht Abonnent. Kann natürlich gut sein, dass man da als Abonnent generell keinen Cooldown drauf hat. Sonst kann man sich das auf jeden Fall hier im Vermächtnis unter Sonstiges bei den globalen Freischaltungen runterkaufen. Dann gibt es hier noch vier Sachen, die sind so, ja, zusätzlich, sage ich mal, hier irgendwie relativ langweilig. Natürlich, die taktischen Markierungen zum Beispiel gewährt die folgende taktische Markierung. Das sind die drei Fähigkeiten, die ich hier unten drin habe. Die kann man nur in Instanzen einsetzen, in Flashpoints oder Operationen. Das ist im Prinzip eine Markierung, die kann ich irgendwo auf den Boden setzen und dann leuchtet die dort auf. So, das heißt, ich kann praktisch jemandem etwas erklären und kann ihm dann mit diesen drei Symboliken, Tank, DD und Heiler, kann ich ihm entsprechend etwas aufzeichnen, mehr oder weniger, und ihm damit erklären, wie ungefähr etwas abläuft. Eine sehr praktische Sache, gerade wenn man immer wieder als Raidleiter oder unterwegs ist und Leuten etwas erklären möchte oder eben eine Position markieren möchte, dann sind diese taktischen Markierungen eine sehr schöne Sache. Dann, ähm, verbesserter Transportmitteleinsatz. Das ist eine sehr schöne Freischaltung. Danke auch, dass sie global ist. Wir können ein beliebiges Fahrzeug aktivieren oder Reitier rufen, während wir uns bewegen. Das heißt, ich kann laufen und im Laufen das Reitier rufen. Das ging früher nicht. Da musste man kurz anhalten, dann durchcasten, dann konnte man wieder loslaufen. Das ist jetzt eben nicht notwendig, wenn man diese Freischaltung hat. Da muss man ein paar Millionen traden. Ich glaube, zwei Millionen musste man investieren. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht haben sich die Preise auch verändert. Das ist auf jeden Fall eine sehr angenehme Sache, weil man nicht stehen bleiben muss. Das ist so ein bisschen Quality of Life, sagt Bioware an der Stelle immer. Das kann man machen. Ist eine schöne Sache. Dann gibt es hier zwei Sachen. Zufälliges Haustür rufen. Wenn man da drauf klickt, das ist eine Fähigkeit, die sich sozusagen im Fähigkeitsfenster unter P zu finden, dann versteckt. Da gibt es dann hier normalerweise irgendwo. Auch das ist wahrscheinlich bei Vermächtnis mit drin. Ah genau. Dann kann man hier zufälliges Haustür rufen. Dann wird eben aus der eigenen Haustiersammlung ein zufälliges ausgesucht und herbeigerufen. Gleich so gibt es das zufällige Transportmittel rufen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal drauf klicke, dann sucht er irgendein Transportmittel raus, was sich hier unter Fahrzeuge versteckt. Das sind also hier einige. Und er nimmt irgendeins raus, was er gerade findet. Das heißt, bei jeder Aktivierung wird es ein anderes sein. Das kann man ganz gut machen, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Gleiter unten drin haben möchte, sondern eben jedes Mal etwas anderes haben möchte. Weil man ja auch viele verschiedene hat, dann kann man dementsprechend hier diese Fähigkeit sich natürlich auch runter in die Leiste ziehen und dann über die zufällige Transportmittelwahl entsprechend sich ein Transportmittel raussuchen lassen. Ja, das sind die globalen Freischaltungen. Und dann gibt es noch Sachen, die beziehen sich auf jeden Charakter einzeln und die müsste man theoretisch auf jedem Charakter einzeln freischalten. Und die finden wir oben unter den sogenannten Charaktervorteilen. Und da gibt es deutlich mehr, das seht ihr. Und da sind viele Stufen auch immer mit drin und da habe ich deutlich weniger auch freigekauft. Und außer hier unten, da ist ein bisschen mehr. Und das heißt, ich würde auch sagen, wir fangen hier mit dem Reisen und Komfort an, bevor wir uns dann hier oben den Fortschritt und die Gefährten anschauen. Fangen wir an der Stelle einfach mal an. Es gibt hier die Gleiternavigation 1 und 2. Die ist relativ klar. Die kriegen wir normalerweise auch im Levelprozess, logischerweise. Da bekommt man auf Level 10 die Gleiternavigation und dann bekommt man 1 und 2 entsprechend später. Und dann gibt es hier noch die Stufe 3, 4 und die 5. Die bauen aufeinander auf. Das heißt, wir müssen 3 und 4 freischalten, bevor wir an die 5 rankommen. Und das erhöht unsere Bewegungsgeschwindigkeit auf dem Gleiter nochmal um 40%, glaube ich. Das heißt, es sind 110%, 120, 130, 140%. Oder sind das 130, 140? Das müsste man eigentlich mal nachgucken können. Hier an der Seite steht jetzt übrigens die Ränge. Haben wir da dargestellt, 90, 100, 110. Ich glaube, 110 hat eigentlich jeder. Und dann 120, 130% sind dann eben die entsprechenden nächsten Freischaltungen. Ja, wie gesagt, man kriegt einen Teil Freischaltung. Ich habe das jetzt hier nicht gemacht, weil, na, das müsste ich auf jedem Charakter machen. Und das sind in Summe 2 Millionen Credits fast. Fällt aus. Mache ich nicht. Dann haben wir hier die Prioritätstransporte. Da gibt es hier den Prioritätstransport für die Hauptwelt. Damit kommen wir nach Drummond Kars oder Coruscant. Das sind die Hauptwelten. Zuflucht der Gesetzlosen. Das ist das PvP-Gebiet auf Tatooine. Dann haben wir hier das Flottenvorhutschiff. Damit können wir zu einem der Flottenschiffe schnell reisen. Dann haben wir hier das Schwarze Loch. Damit kommen wir ins Daily-Gebiet. Das geht heute ja auch anders, indem wir über den Gruppenfinder gehen, Einzelspieler, und dann hier das Schwarze Loch auswählen, sind wir auch sofort da. Das war früher ein bisschen anders, deswegen gab es diese Prioritätssachen. Hier haben wir das eigene Raumschiff. Das haben wir auch auf der großen Karte entsprechend. Hier unten links. Jetzt hat sich das Fenster natürlich wieder geschlossen. Dann haben wir hier noch CZ-198. Auch da kommt man über den Einzelspieler hin, indem man das hier auswählt. Oricon genau dasselbe. Rishi, da kann man nicht genau hin, aber wir können ja mittlerweile über die Karte entsprechend dahin, indem wir hier einfach ein bisschen reinzoomen, die Karte so verschieben, dass wir Rishi sehen. Dann kann man auch hinreisen. Das ist dann auch nicht das Problem. Was haben wir hier noch schönes? Javin 4, genau dasselbe. Da kommen wir aber auch über den Solo-Bereich hin, indem wir das hier auswählen. Und Odessen, da kommen wir auch einfacher hin. Das muss man sich auch nicht freischalten, indem wir hier unsere Gefährten und Kontakte über die Taste N aufrufen. Dann haben wir hier zum Beispiel den Kontakt Sanare, den Kontakt können wir uns ansehen und dann können wir zu dem Kontakt reisen. Stehen wir direkt in der Odessen-Basis. Geht auch relativ simpel und kostenfrei. Muss man also nicht freikaufen für jeden einzelnen Charakter. Schauen wir uns den Bereich Komfort an. Ganz unten eine sehr interessante Sache, die sogenannte Feldneuzuweisung. Du kannst die Disziplin wechseln, während wir im Einsatz sind. Es gelten normale Kosten. Wir können unsere Disziplin also hier aufgeben und entsprechend einer der anderen Disziplinen auswählen, während wir unterwegs sind und nicht nur auf der Flotte. Dabei kommen natürlich Kosten zu tragen. Das heißt, wenn das zum Beispiel einen Free-to-Play-Spieler ändern möchte, dann fallen da natürlich Kosten an. Als Abonnent ist das kostenfrei. Kann man hier aber freischalten, dass man das nicht nur auf der Flotte machen muss. Du kannst einen einfachen Vermächtnis-Laderaum-Druinen rufen. Die Zeit bis zum erneuten Einsatz ist erheblich. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier über das Vermächtnis den Vermächtnis-Laderaum-Druinen zu rufen. Das heißt, wir können auch beispielsweise, wenn wir in einer Operation sind und wir brauchen ganz schnell nochmal Credits, weil wir reparieren müssen, weil wir eben ein bisschen länger gebraucht haben an dem einen Boss. Dann können wir diesen Vermächtnis-Laderaum rufen, haben da natürlich ein bisschen Credits drin liegen und dann funktioniert das. Dann ist das natürlich gut. Was würde es jetzt bringen, wenn wir hier die zweite, dritte Stufe runtersetzen? Naja, wir sehen schon hier, bis zum erneuten Einsatz reduziert um 15 Minuten. Das heißt, aktuell haben wir hier irgendwie eine Stunde Cooldown drauf. 15 Minuten weniger und hier nochmal 30 Minuten weniger. Aber die Preise sind auch heftig. 2,7 und 3,5 Millionen. Das ist schon nicht schlecht. Und das ist immer noch ein Charaktervorteil. Das ist nicht Vermächtnis-Weit. Das müsste man auf jedem Charakter einzeln freischalten. Ich weiß nicht genau, wie viel das gekostet hat, aber ich denke mal, das wird irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen gewesen sein. Das ist relativ teuer. Ob man das sich wirklich auf jedem Charakter freikaufen möchte, sei jedem dahingestellt. Aber ist eine sehr praktische Sache. Das Ganze gibt es auch nochmal für den persönlichen Feld-Laderaum. Das heißt, man kann seinen eigenen Laderaum auch nochmal hinrufen. Kostet hier eine Million, 1,75 und 2,5 Millionen. Und dann können wir auch noch einen Postfach-Druiden rufen. Der kostet nur 50.000 und die weiteren Freischaltungen mit den Zeitreduktionen nochmal 25.000 und 25.000. Das heißt, das sind 100.000 in Summe. Das ist ja nichts. Da kann man ständig einen Postfach-Druiden rufen. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man unterwegs mal Postnachrichten lesen möchte. Und es gibt einen Reparatur-Druiden. Kostet auch 50.000, 100.000, 200.000. Und damit können wir eben entsprechend einen Reparatur-Druiden rufen. Und die haben dann entsprechend natürlich die normalen Verkaufsgegenstände auch im Angebot. Also zum Beispiel Medipacks und Stims. Und bei denen kann man natürlich aber auch verkaufen und reparieren. Das ist gerade für solche Leute gut, die keine Rollo-Statue von Revan zum Beispiel haben. Weil dieser hat genau dieselben Funktionen. Medipacks, Stims. Und man kann reparieren und man kann verkaufen. Das ist also eine Sache, die durchaus praktisch ist, wenn man Revan nicht hat. Dann kann man sich hier den freischalten. Ein paar 100.000 oder für 50.000 hat man den. Dann ist allerdings eine recht hohe Abklingzeit von einer Stunde. Das kann man runterkaufen. Dann steht er hier. Die Dauer ist um eine Minute erhöht. Das heißt, der Druide steht wesentlich länger da, bevor er wieder verschwindet. Und zum erneuten Einsatz sind 15 Minuten weniger. Und dann kann man das Ganze nochmal um 30 Minuten reduzieren, sodass wir den relativ häufig holen können. Ja, und dann kommen wir im Endeffekt bereits hier oben zu diesem Bereich hier. Fortschritt. Da können wir verschiedene Vorteile freikaufen, die uns mehr Erfahrung bringen. Und das ist gerade für den Level-Prozess und für den Fortschritt jetzt während der Doppel-EP-Events ganz interessant. Da können wir zum Beispiel freischalten, dass wir mehr Erfahrung haben wollen im Kriegsgebiet. Kostet 20.000 Credits. Wir bekommen 6% mehr Erfahrung. Das Ganze kann man durchkaufen hier, indem man dann sozusagen einfach mal weitergeht. 100.000, 75.000, 50.000, 30.000. Das heißt, wenn wir das hier durchgekauft haben, sind wir irgendwo, weiß ich, bei 250.000, 300.000 ungefähr. So grob. Und dann bekommen wir hier immer 6% mehr. 5 mal 6% heißt, wir kriegen 30% mehr Erfahrung aus Kriegsgebieten. Wenn man also gerne Kriegsgebiete spielt und darüber leveln möchte, kann man das hier durchaus mitnehmen. Ähnliches gibt es für die Flashpoints. Und auch hier die Preise gleich, kann man also auch bis 30% durchkaufen. Auch die Weltraummissionen, also nicht Galactic Starfighter, sondern die Weltraummissionen, die man von seinem eigenen Sternenschiff aus starten kann, die kann man hier auf 30% mehr Erfahrung hochkaufen. Auch die Klassenmissionen kann man durchkaufen. Ja, bis auf 30%, wenn man nur Klassenmissionen spielen möchte, kriegt man massiv mehr Erfahrung. 30% und Preis ebenfalls hier zusammen 100.000, 275.000. Verbesserte Erkundungserfahrung. Das heißt, wenn wir durch die Gegend fahren und die Kartenteile aufdecken, dann bekommen wir jedes Mal Erfahrung. Und hier können wir das um 6% erhöhen, im Gesamten um 30%. Das Ganze kostet entsprechend 150.000 Credits. Ist also relativ günstig. Und das macht man ja sowieso, wenn man durch die Gegend fährt, H2-Missionen macht oder auch Klassenmissionen macht. Dann kann man hier entsprechend nochmal 30% Bonus auf alle aufgedeckten Kartenteile kriegen, was eben auch nochmal eine ganze Menge ist. Verbesserte Raumjäger-Erfahrung. Das ist also wirklich Galactic Starfighter, galaktischer Raumjäger, bis zu 30% mehr. Und was hier unten noch drin ist, verbesserte Ruhmpunkte. Wir können uns die Ruhmpunkte durchkaufen, dass wir mehr davon kriegen. Das Ganze ist allerdings relativ teuer. Ihr seht es 1,5, hier sind wir bei 2,5 und nochmal 6 sind 3,1 und 3 sind 3,4 und nochmal 100.000 sind 3,5 Millionen, die wir pro Charakter investieren müssten, um 2, 4, 6, 8, 10% mehr Ruhmpunkte zu erhalten. Das ist ja nicht ganz so viel, nicht 30, sondern eben nur 10% und wir müssen deutlich mehr Credits dafür investieren, um hier entsprechend diese Ruhmpunkte zu erhalten. Das sind also alles Forge, alles Freischaltungen, die wir entsprechend freischalten können, um unseren Erfahrungsgewinn etwas zu erhöhen. Und das ist sehr praktisch natürlich, wenn man im Doppel-EP-Bereich ist, gerade wenn man irgendwie Klassemissionen macht oder sowas, oder eben Kartenbereiche mit aufdeckt. Dann kann man hier entsprechend die Freischaltung machen, ist dafür relativ günstig. Später, wenn man denn am Maximallevel angekommen ist, lohnt sich maximal noch der Unterbereich hier, dass man mehr Ruhmpunkte bekommt. Und dann haben wir hier drüben die Gefährten-Sachen. Da können wir zum Beispiel hier Vermächtnis des Altruistums machen. Erhöht die Menge an gewonnenen Gefährteneinfluss durch Gefährtengeschenke. Das heißt, wir geben hier diese 90.000 Credits aus und jedes Gefährtengeschenk, was wir an dem Gefährten geben, gibt dann eben jeweils kumulativ 10%, also in Summe 30% mehr Gewinn an Einfluss für den Gefährten. Das heißt, wir brauchen in Summe weniger Geschenke, um den Gefährten beispielsweise auf Maximallevel zu bringen. Vermächtnis der Überredung. Erhöht den Gefährteneinfluss aus Gesprächen um 10, 20, 30% insgesamt. Das heißt, wenn wir mit denen reden, auf unserem Schiff Gespräche führen, bekommen wir damit mehr Einfluss. Und das Ganze geht auch nochmal für das Handwerk. Und damit haben wir eine erhöhte Chance eines aufgewerteten Ergebnisses beim Handwerk. Wenn wir Gegenstände herstellen, Implantate, Ohrstücke, Relikte, Waffen, Rüstungsteile, dann haben wir eine erhöhte Chance, dass dieser Gegenstand einen Aufwertungsslot enthält. Also keine Aufwertung direkt, sondern nur ein Slot, wo wir eine Aufwertung einpacken können. Das Ganze kann hier um 3% erhöht werden, was schon ziemlich cool ist. Gerade wenn man Crafting macht, ist das eine sehr praktische Sache. Vermächtnisführungsstärke. Gefährten verkehren beim Verkaufen von Schrott schon nach 30 Sekunden bzw. nach 5 Sekunden zurück. Das heißt, wir geben hier irgendwie 60.000 Credits aus und die Gefährten kommen nach 5 Sekunden zurück. Normalerweise dauert das eine Minute, wenn man die wegschickt. Gerade jetzt lohnt sich das, weil das Gefährten wegschicken zum Verkaufen von Schrott ist ja mittlerweile auch ein Eroberungsziel. Und dementsprechend kann man das durchaus freischalten hier, damit der da ein bisschen schneller zurück ist. Aber naja, ist auch mehr eine Spielerei. Das heißt, ich habe den Charakter, den guten Gefährten, den HK-51 auf diesem Charakter, deswegen kann ich das nicht machen. Man könnte hier raufklicken und sagen, damit schalte ich diesen Charakter, ohne dass ich diese gesamte Questreihe, diesen Suchlauf über die verschiedenen Planeten und sowas, dass ich das machen muss, schalte ich ihn mir sofort frei. Das funktioniert im Großen und Ganzen auch ganz gut. Es gab früher ein kleines Problem, wenn man das auf nicht-maximallevel gemacht hat. Dann hatte HK nur das Gear an, was er normalerweise auf 55 tragen würde. Damals haben die Gefährten ja auch noch Gear getragen und Ausrüstung, die sie brauchten, damit sie effektiv sind. Aber da man selbst vielleicht nur Level 20 oder 25 war und hatte sich den dann für damals eine Million Credits freigeschaltet, dann gab es das folgende Problem, dass HK seine Rüstung nicht anziehen konnte, weil der Gefährte ist ja mal auf demselben Level wie wir selbst. Das heißt, wenn der auch nur 20 oder 25 ist, kann er natürlich die Rüstung für Level 55 nicht anziehen. Und dementsprechend landen die bei dir im Inventar. Und damals brauchten Droiden, und HK 51 ist ein Droide, besondere Rüstungsteile. Da konnte man nicht einfach ein Rüstungsset reinklatschen, was man noch übrig hatte oder sowas. Die brauchten verschiedene Motoren, Aktuatoren, Sensoren etc. Und ein Scharfschützengewehr. Da kam es dann natürlich nicht so einfach ran. Das war früher ein bisschen schwierig. Könnte sein, dass es heute besser ist, dadurch, dass die Gefährten eben keine Ausrüstung mehr tragen müssen. Hier kann man auf jeden Fall diese Freischaltung vornehmen. Dasselbe geht auch nochmal für TRIG. Ich könnte mir jetzt hier für TRIG, fürs Imperium, für 300.000 Credits freischalten, dann habe ich sie eben entsprechend als Gefährten. Und dann gibt es hier als letzte Freischaltung noch, das Vermächtnis der Unverzüglichkeit. Reduziert die benötigte Zeit zum Vergeben von Geschenken an Gefährten um 20, 40, 60%. Normalerweise, wenn wir ein Gefährtengeschenk übergeben, dauert das irgendwie 1,5 Sekunden. Wenn wir es um 60% reduzieren, sind wir irgendwo bei 0,7 oder sowas. Oder 0,6 Sekunden oder sowas. Das heißt, wenn wir hier die entsprechenden 1,2 Millionen Credits investieren, dann sind wir auf gutem Wege möglichst schnell, die Gefährtengeschenke zu überreichen. Und wenn wir dann noch hier oben freischalten, dass wir das Altruismus mitnehmen, dann kriegen sie auch nochmal 30% mehr Einflussgewinn dadurch. Und wir kriegen damit einen Gefährten relativ schnell auf das Maximal Level 50. Wenn man nicht das, wie heißt es, Masters Compendium verwendet oder sowas, das Item, womit man einen Gefährten direkt auf Level 50 bekommt, was auf der Flotte kaufbar ist für 4,5 Millionen Credits und drei dunkle Projekte. Wenn ich da richtig das im Kopf habe. Oder 4,25 Millionen Credits oder sowas. Das ist dann die entsprechende Alternative hier dafür. Ja, damit haben wir uns die Charaktervorteile und die Vermächtnisfreischaltung und die Unterschiede dazwischen mal angesehen. Was es mit dem Vermächtnis so schönes noch freizuschalten gibt, was man da für Vorteile rausholen kann. Und ich würde sagen, damit beenden wir diesen Guide. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Mein Name ist Theodor Lohr. Ich bin raus. Tschüss.